Der Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekt-Transistor gehört zu den Feldeffekt-Transistoren mit isoliertem Gate auch als IGFET bezeichnet. Er ist den Metallisolator-Halbleiter-Feldeffekt-Transistoren so so rechnen. Obwohl heute dotiertes Polysilizium als Gate-Material vorherrscht, wurde die Bezeichnung MOSFET beibehalten. Historisch begründet steht damit MOSFET als Synonym für IGFET. Wie bei allen IGFET-Transistoren erfolgt die Ansteuerung eines MOSFETs über eine Steuerspannung bzw. Steuerpotenzial. Mit ihr kann der Stromfluss von Drenn nach Source beeinflusst werden. Wegen der großen Packungsdichte und der geringen Herstellungskosten handelt es sich um den meistverwendeten Transistor für analoge und digitale, integrierte Schaltungen. Im Jahr 2008 wurden bis zu 1,9 Milliarden Transistoren in einem Prozessor verbaut. Geschichte Das Funktionsprinzip von MOSFETs ist etwa 20 Jahre länger als das des Bipolartransistors bekannt. Die ersten Patentanmeldungen stammen aus den Jahren 1926 von Julius Edgar Lilienfeld und 1934 von Oscar Heil. Die ersten MOSFETs wurden allerdings erst 1960 gefertigt, als mit dem Silizium-Silizium-Dioxid ein Materialsystem zur Verfügung stand, mit dem sich eine reproduzierbar gute Halbleiter-Isolator-Grenzfläche herstellen ließ. Damit verbunden war die Abkehr vom Germanium als Basismaterial und steigende Anforderungen an die Fertigungsbedingungen. Ab Anfang bzw. Mitte 1970 kam dotiertes Polysilizium als Gate-Material zum Einsatz und verdrängte damit aufgedampftes Aluminium. Seit der Jahrtausendwende wurde verstärkt an der neuartigen High-Carb-Plus-Metal-Gate-Technik geforscht und 2007 erstmals in der Massenproduktion eingesetzt. Name Der Name Metall-Oxyd-Type-Leiter-Feld-Effekt-Transistor geht auf die ursprüngliche Schichtfolge des Gate-Schichtstapels zurück. Bis Anfang der 1980er Jahre dominierte die Verwendung von Aluminium als Gate-Material, das durch eine nicht leitende Silizium-Dioxid-Schicht vom leitfähigen Kanal im Silizium-Substrat getrennt war. In den 1980er Jahren verbreiteten sich zunehmend Prozesse, die dotiertes Polysilizium als Gate-Material nutzen. Dies ist bis heute die häufigste Bauform handelsüblicher CMOS-Schaltkreise. Da kein Metall verwendet wird, ist die Bezeichnung MOS-FET nicht mehr korrekt, wird aber weiterhin als synonym genutzt. Mit zunehmender Miniaturisierung zeigen MOS-Transistoren mit Polysilizium-Gate elektrische Nachteile. Denn bei bestimmten Beschaltungen bildet sich ein Verarmungsbereich im Gate aus. Daher wurde seit Anfang der 2000er Jahre nach alternativen Gate-Materialien geforscht. Parallel dazu wurde auch nach alternativen Isolator-Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante geforscht, um die steigenden Leckströme zu reduzieren. 2007 führte Intel als erster Hersteller die Kombination beider Änderungen an einige weitere Hersteller von Hochleistungsprozessoren folgten. In diesen Fällen ist die Bezeichnung MOS-FET daher wieder korrekt, dennoch ist es oft günstiger. Die neutrale Bezeichnung MIS-FET oder ganz allgemein IG-FET zu verwenden, Investiode. Eine Spannung zwischen SOS und dem Substrat bewirkt eine Verschiebung der Schwellenspannung. Je höher diese Spannung ist, desto höher wird die Spannung, die zwischen Gate und SOS erforderlich ist, damit der Kanal leitend wird. Dieser als Body-Effekt bekannte Einfluss ist in den meisten Anwendungen unerwünscht. Daher ist üblicherweise das Substrat direkt im Transistor elektrisch mit SOS verbunden. Auf diese Weise liegen Substrat und SOS zwangsweise auf dem gleichen elektrischen Potenzial. Als Nebenwirkung dieser Verbindung liegt ein PN-Übergang zwischen SOS und RIN, das notwendigerweise gegensätzlich zum Substrat dotiert ist. Dieser Übergang wird leitend, wenn DRIN und SOS hinsichtlich ihres Potenzials die Rollen tauschen. Das ist bei N-Kanal-Mosfets der Fall, wenn von außen ans SOS eine höhere Spannung angelegt wird als an DRIN. Da dies die umgekehrte Richtung wie im normalen Betrieb ist, wird der PN-Übergang auch Investiode genannt. Eine andere Bezeichnung für den Übergang ist Body-Diode. Ein MOSFET kann nur in Sperrrichtung der Investiode als regelbarer Widerstand eingesetzt werden. Als Schaltelement kann ein MOSFET ebenfalls nur in einer Richtung einen Stromfluss unterbinden. Viele Schaltungen sind daher so ausgelegt, dass die Investiode nie in Durchlassrichtung betrieben wird. Beispiele dafür sind die Endstufen von Audio-Verstärkern oder die Transistoren, die in Computern digitale Signale schalten. Bei manchen Schaltanwendungen ist eine Leitung von Strom entgegen der normalen Richtung sogar erwünscht. So sind Brückenschaltungen so konzipiert, dass die Inversdiode leitend wird. Bei Anwendungen mit hoher Schaltfrequenz ist allerdings die vergleichsweise lange Sperrerholzeit der Inversdiode eine Begrenzung. Außerdem führt ihre recht hohe Flussspannung zu erhöhter Verlustleistung. In diesen Fällen wird extern eine schnelle Schottkühdiode mit niedrigerer Flussspannung parallel zur Inversdiode an Source und Renn hinzugefügt. Bei FREDFETS zeigt die Inversdiode ein besseres Schaltverhalten und ermöglicht somit einen kompakteren Aufbau. Leckströme Bei den Leckströmen handelt es sich um unerwünschte Stromflüsse innerhalb der Transistoren. Diese treten sowohl im gesperrten als auch im leitenden Zustand des Transistors auf. Momentan sind hier vor allem der Subthreshold-Leakage, Junction-Leakage als auch der Gate-Oxyd-Leckstrom dominierend. In konventionellen CMOS-Techniken mit Siliziumdioxid als die Elektrikum stellen die Leckströme eines der Hauptprobleme beim Chip-Enforfe dar, wenn Transistoren mit Gate-Längen von weniger als 100 Nanometer verwendet werden, so dass Mitte der 2000er Jahre bei Prozessoren im High-End-Bereich die Leckströme bis zur Hälfte des gesamten Energieverbrauchs verursachten. Einen Ausweg die Leckströme zu reduzieren ist die sogenannte High-Car-Plus-Metal-Gate-Technik, bei der die elektrische Materialien mit hoher Permittivität statt Siliziumdioxid genutzt werden, beispielsweise dotiertes Hafniumoxid. Verwandte Transistor-Varianten Neben den konventionellen MOS-FET-Varianten in Planartechnik existieren noch diverse Spezial-Varianten mit verändertem Aufbau. Ziel ist ein besseres Schaltungsverhalten, was jedoch mit zum Teil deutlich erhöhtem Herstellungsaufwand verbunden ist. Beispiele sind der VMOS-UMOS-Trench-MOS- oder Multigate-Feld-Effekt-Transistoren wie der FinFET. VMOS-FET Der VMOS-Feld-Effekt-Transistor ist ein nicht-planarer Feldeffekt-Transistor, bei dem mithilfe eines v-förmigen Gate-Bereichs die Kanallänge reduziert und die Kanalweite erhöht wird. Der v-förmige Graben für den Gate-Bereich wird häufig durch Anisotropesätzen von Silizium hergestellt. Vorgestellt wurde das Konzept erst mal Mitte der 1970er Jahre von T. J. Rogers. Es gibt sowohl Varianten mit lateralem als auch mit vertikalem Stromfluss, wobei die vertikale Variante häufiger zu finden ist. Durch die bessere Nutzung der Chipfläche ermöglichen VMOS-FETs eine höhere Stromdichte und eignen sich daher vor allem für den Einsatz als Leistungstransistor. Zudem zeichnen sie sich durch eine hohe Eingangssimpedanz aus. FinFETs sind eine Gruppe von nicht-planaren MOSFETs, bei denen sich der leitfähige Kanal an einem dünnen Silizium-Grad befindet. Die Bezeichnung wurde erstmals 1999 in einer Veröffentlichung von Forschern der University of California. Berkeley verwendet und basiert auf dem Einzel-Grad-T-Transistor-Design-Delta. Da sich der Kanal prinzipiell an allen Seiten des Grads befinden kann, werden oft auch Multigate-Feld-Effekt-Transistoren wie der Dual- oder Tri-Gate MOSFET als FinFET bezeichnet. FinFETs bieten die Vorteile eines vergrößerten Kanalbereichs und besserer elektrischer Eigenschaften. Zudem benötigen sie bei gleicher Leistungsfähigkeit weniger Platz, was eine höhere Integrationsdichte erlaubt. Eingesetzt werden sie zum Beispiel in HF-Schaltungen. Aber auch für Standard-Logik-Schaltungen wie Hauptprozessoren oder Mikrocontroller werden diese alternativen Transistor-Varianten zunehmend interessant. Intel setzt seit 2012 mit der 22nm-Technologie Ivy Bridge erstmals FinFETs in der Massenproduktion für Prozessoren ein. Seit 2014 bietet auch TSMC einen 16nm-FinFET-Prozess für die Halbleiterindustrie an. Punkt. 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 Vor- und Nachteile. Ein prinzipieller Nachteil der MOSFET-Technik ist die geringe Oberflächenbeweglichkeit der Ladungsträger im Kanal. Elektronen besitzen dabei eine höhere Beweglichkeit als Defektelektronen, daher haben N-Kanal-MOSFET bessere Eigenschaften als P-Kanal-Typen. Durch die Verkleinerung der Bauelementstrukturen lässt sich dieser Nachteil jedoch ausgleichen und die Schaltgeschwindigkeit erhöht sich. Dadurch gelingt es einerseits schnellere Einzeltransistoren herzustellen. Andererseits lassen sich durch feine Wabenstrukturen auch schnelle MOSFET für große Ströme herstellen. Durch Skalierung in den Submikrometer-Bereich wird der MOSFET für integrierte digitale Anwendungen mit Taktfrequenzen oberhalb von 1 GHz verwendbar. MOSFETs sind wegen ihres einfachen Herstellungsprozesses und der lateralen Struktur besonders für integrierte Schaltungen geeignet. Da bei GFETs im Gegensatz zu Bipolartransistoren die Steuerung nicht über einen Stromfluss sondern über eine Steuerspannung erfolgt, werden sie täuschenderweise als stromlos bezeichnet. Im statischen Betrieb dh bei konstanter Gatespannung fließt über das Gate so gut wie kein Strom. Allerdings ist zur Umladung der Gate-Kapazität ein teilweise erheblicher Lade- und Entladestrom notwendig in der Leistungselektronik bis über 10. a. Diese Ströme verursachen zusammen mit den Gate-Leg-Strömen, die bei heutigen Mikroprozessoren nicht mehr vernachlässigbar sind. Die hohe Leistungsaufnahme moderner integrierter Schaltkreise. In Leistungsanwendungen ist der Leistungs-MOSFET hinsichtlich kurzer Schaltszeiten und geringer Schaltverluste den Bipolartransistoren und IGBTS überlegen. Er erreicht jedoch nicht deren hohe Sperrspannungen. Gegenüber bipolarer Technik besitzt die Drin-Source-Strecke des MOSFET eine reine Widerstandscharakteristik, die den statischen Spannungsabfall und die statische Verlustleistung im Betrieb bestimmt. Erst dadurch werden die hohen Wirkungsgrade von leistungselektronischen Schaltungen besonders bei niedrigen Spannungen und Batteriebetrieb möglich. Im Gegensatz zu bipolaren Transistoren besitzt der Kanalwiderstand der Drin-Source-Strecke des MOSFET einen positiven Temperaturkoeffizienten. Das bedeutet, dass bei steigender Temperatur auch der Widerstand steigt. Dadurch kann man mehrere MOSFETs ohne zusätzliche symmetrierende Maßnahmen parallel schalten, um die Stromtragfähigkeit zu erhöhen und den Spannungsabfall zu verringern. Sobald einer der MOSFETs durch zu viel Strom zu heiß wird, steigt sein Widerstand. Dadurch reduzieren sich bei MOSFETs Unterschiede der Stromverteilung statt wie bei polaren Transistoren sich zu vergrößern. Leistungs-MOSFETs auf Siliziumbasis werden vorteilhaft beim Schalten von Spannungen bis ca. 800 V und Strömen von bis zu mehreren 100 A eingesetzt. Einsatzgebiete sind unter anderem Schaltnetzteile, Synchroengleichrichter, getaktete Strom- und Spannungsregler und auch starke Hochfrequenzsender bis in den UKW-Bereich. In Sonderanwendungen werden Schaltzeiten von nur einigen Nanosekunden bei Spannungen von mehreren Kilowolt durch Reinschaltung realisiert. Handhabung MOSFETs weisen durch die sehr hochummige Isolierung des Gates gegenüber dem Source-Drin-Kanal eine große Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen auf. Das führt bei unsachgemäßer Handhabung von elektronischen Bauteilen, die aus Felteffekt-Transistoren bestehen, zu einem Durchbruch der Gate-Isolierschicht und damit zur Zerstörung der Felteffekt-Transistoren. Die daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Handhabung waren einer der Gründe. Warum Felteffekt-Transistoren sich gegenüber Bipolartransistoren erst einige Jahrzehnte später am Markt durchsetzen konnten? Vielfach konnten schützende Drahtbrücken zwischen Gate und Source erst nach Einlötung des MOSFETs in der Anwendungsschaltung entfernt werden. Prinzipiell sind jedoch Leistungs-MOSFETs aufgrund ihrer meist im Nano-Verrad-Bereich liegenden Gate-Kapazität ausreichend gegen elektrostatische Aufladung natürlich geschützt, sodass besondere Schutzmaßnahmen wie externe Drahtbrücken hier meist nicht mehr benötigt werden. Heutige diskrete Kleinleistungs-Felteffekt-Transistoren und integrierte Schaltungen haben außerdem meist integrierte Schutzdioden mit Widerständen oder entsprechende Halbleiterstrukturen an den Anschlussleitungen, welche die Auswirkungen von elektrostatischen Entladungen auf die empfindliche Gate-Isolierschicht minimieren. Trotzdem müssen bei der Handhabung von Felteffekt-Transistoren immer noch besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen getroffen werden. So sind beispielsweise Arbeits- und Fertigungsbereiche, in denen mit Felteffekt-Transistoren gearbeitet wird, durch ESD-Warnschilder gekennzeichnet. Zusätzlich sind immer die Herstellerangaben zu beachten.